Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge des Tele-Stammtisches. Ich bin endlich mal wieder dran, euer Sam. Ich freue mich, euch heute drei Filme präsentieren zu können. Unter anderem stellen nämlich Britt und Paul den Film Wall of Shadows vor. Hier in Deutschland erscheint er unter Die Wand der Schatten. Das ist ein Dokumentationsfilm von Elisa Kubarski. Um was es genau da geht, erklären euch diese zwei. Danach verzaubern euch Stu, Sven und meine Wirklichkeit in Spare Parts. Das ist ein Horror-Action-Film und wie wir den fanden, das hört ihr in der goldenen Mitte. Und danach hört ihr eine Besprechung zu Dawn of the Dead, das Remake aus dem Jahr 2004 von Zack Snyder. Grund dafür ist der demnächst erscheinende Army of Dead. Wer den besprochen hat, das ist unser Snyders größter Fan. Werner, dann der Patrick und das Ganze wird geleitet von Thilo. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Bis dann. Hallo und herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Wall of Shadows. Genau gesagt, einer Dokumentation, die ich nicht alleine bespreche, sondern mit Britt. Hallo. Hallo. Ja, Wall of Shadows, das ist eine Dokumentation, die, ich zitiere mal Filmstarts, irgendwann demnächst erscheint. Die geht eine Stunde und 34 Minuten, ist von Elisa Kubarska. Und worum es geht, das verrät euch die Britt jetzt. Ja, es geht um eine Schapa-Familie. Schapas sind die nepalesigen Einwohner, die Bergsteigern helfen, Gepäck und Ausrüstung auf ihrer Tour den Berg hochzutragen. So kann man vielleicht zusammenfassen. Ja. Ja. Also falls man den Begriff Schapa noch nicht gehört hat. Und also im Grunde, wenn man wirklich ganz fies ist, menschliche Lastenponys, oder? Also das muss man ja so sagen. Ja, so wie Esel. Ja, ja. Genau. Ja, und in der Regel sind das eben Einheimische, die auch da an diese Umgebung gewöhnt sind, auch natürlich an die dünnere Luft und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die muss man ja bedenken, wenn man sich da am Gebirge befindet. Und das ist oft eben für diese Familien, für viele dieser Familien eine der wichtigsten Einkommensquellen. Also die arbeiten eben als Schapa und verdienen da das Hauptgeld für die Familie. Und darum geht es eben auch in diesem Film. Es geht um eine ganz konkrete Schapa-Familie, die eben, also der Vater arbeitet als Schapa und der 16-jährige Sohn hilft immer ein bisschen aus. Und die ganze Familie ist da quasi involviert und wir begleiten eben diese Schapa-Familie dabei, wie sie drei erfahrene Bergsteiger begleiten auf ihrer Tour. Und zwar möchten die den, und jetzt spreche ich ihn bestimmt falsch aus, aber Kumbakana besteigen, das ist einer wohl der schwierigsten Berge, also zum Besteigen in Nepal. Also ich kannte jetzt nur den Mount Everest und das scheint auch hoffentlich, das ist wohl der höchste Berg auch, aber der Kumbakana ist wohl einer der schwierigsten. Und es gibt verschiedene Passagen dieses Berges, die eben noch nie bestiegen worden sind bis heute, was glaube ich schon ein bisschen darüber aussagt, wie schwer das sein muss. Denn irgendwie hat man das Gefühl, alles ist schon mal bezwungen worden, so als Laie, der da zuguckt. Und naja, und dann begleitet man eben diese Familie und sieht halt die Problematik, die dieser Familie sich stellen muss, denn als Schapa zu arbeiten ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Du riskierst tagtäglich dein Leben und in diesem Fall ist diese Familie ja dazu gezwungen, denn der 16-jährige Sohn möchte gerne Arzt werden. Und das Einkommen der Familie reicht nicht aus, um diese Ausbildung zu finanzieren und deshalb entscheidet sich der Vater dann, obwohl dieser Berg, den sie besteigen, in ihrem religiösen Glauben eben ein Berg ist, den man nicht besteigen soll und der gefährlich ist. Und von dem es eben heißt, dass diejenigen, die ihn besteigen, eben nicht lebend wieder zurückkommen werden, weil der Gott des Berges alle, die versuchen ihn zu besteigen, damit bestraft, dass sie sie tötet. Trotzdem versucht er eben, diesen Berg zu besteigen, weil er eben das Geld für seine Familie verdienen möchte. So, also so viel zu kurz zusammengefasst, aber es war nicht so einfach. Nein, aber ich finde, da wird auch schon gut was deutlich, denn dass diese Doku ja ganz schön voll ist. Wir haben einmal dieses Familienthema, diese kleine Familie mit Mutter, Vater, Sohn, wo auch, wie gesagt, die verschiedenen Familienvertreter eben, ich will nicht gleich sagen, andere Ansichten, aber der eine sieht es halt ein bisschen strenger. Die Mutter, die sieht das mit dem heiligen Berg ein bisschen strenger und so weiter und der Vater, der will es halt machen, um auch seinem Kind was zu ermöglichen und dann hast du genau diese religiöse Seite, dann hast du diese, ja auch körperlich anstrengende Seite, dann hast du auch noch Bergsteiger mit da drin. Also mir ging es dann irgendwann so, ich habe mir gedacht, oh, dir wird so viel aufgemacht, irgendwie hätte ich mir vielleicht einen besseren Fokus gewünscht oder wie ging es dir mit diesen Themen, die da aufgemacht werden? Mir ging es tatsächlich ähnlich, vor allen Dingen muss ich zugeben, ich dachte erst, das ist, also ich dachte ja, das ist ein Spielfilm, der so tut, als sei er eine Dokumentation. Also weißt du, so eine Fake-Dokumentation. Ich wusste, also ich war mir lange Zeit gar nicht sicher, ob das wirklich eine richtige Dokumentation ist, denn wir fangen diesen ganzen Film damit an, dass wir ja diese Schaper-Familie begleiten. Und wenn ich höre The Wall of Shadows und dann gucke ich mir auch den Trailer an und so, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, das wird wieder einer von dieser Bergsteiger-Filmen, weißt du, so Mann gegen Natur und dann besteigen wir diesen Berg und so und so. Und das ist es ja nicht. Das ist ein kleiner Aspekt des Films, aber im Grunde geht es eben um diese Schaper-Familie, die versucht irgendwie, ja, zu überleben und Geld aufzutreiben und sich anzupassen. Also du hast da so viele Punkte drin, wie du schon sagst. Und dieses Bergbesteigen am Ende, das ist eben nur ein kleiner Punkt unter vielen, aber hauptsächlich geht es eben um diese Familie und wie sie sich in dieser Situation, ja, wie sie in dieser Situation zurechtkommt. Und ja, ich hatte das gleiche Problem im Grunde wie du, dass ich dann am Ende irgendwie nicht mal so richtig wusste, worum es ging. Wobei, man kann jetzt darüber sich beschweren oder nicht, ganz am Ende sagt der eine Schaper zum anderen, oder war es der Bergsteiger? Also irgendeiner sagt zu dem anderen, dies ist kein Film über eine Bergsteiger-Expedition, dies ist ein Film über Menschen. Und da bin ich kurz aufgewacht und dachte, Moment, hat er eben die vierte Wand durchbrochen, hat er eben gesagt, weil ich dachte ja die ganze Zeit, das ist ein Spielfilm, weißt du? Und dann, und dann, und dann, ich so, Moment mal, oder ist es doch eine Dokumentation? Also da war ich dann ein bisschen verwirrt. Und, aber im Grunde kriegst du ja als Zuschauer dann auch gesagt, was dieser Film sein soll. Es ist also ein Film über verschiedene Menschen und was für diese Menschen wichtig ist. Und für die einen ist es eben das Bergbesteigen und für die anderen ist es eben, ja, das Überleben und der tägliche Überlebenskampf, kann man vielleicht sagen, um sich auch einen gewissen Lebensstandard zu ermöglichen, eben für diese Scherpers und Scherperfamilien auch. Und ja, ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen als Zuschauer, also mir hat es geholfen, weil ich eben das Problem wie du hatte, dass der Fokus nicht so wirklich auf einer stringenten Geschichte lag. Also deswegen fand ich diese Aussage ganz gut, weil damit konnte ich das so ein bisschen einordnen. Auf der anderen Seite würde ich mich, es gibt bestimmt auch Leute, die sich als Zuschauer gegängelt fühlen und die dann sagen, muss man mir das denn so deutlich auf die Nase binden? Also ich finde, man musste. Ich weiß nicht, wie dir das, wie dir das ging. Also hast du die Szene, ist dir die aufgefallen, als du das geschaut hast? Mir ist es jetzt nicht so krass. Also ich war mir die ganze Zeit drüber bewusst, dass es eine Dokumentation ist. Du hast vielleicht die Vorinfo gelesen. Nee, aber ich war tatsächlich auch, ich habe mir auch erst den Trailer angeguckt und musste tatsächlich dann nochmal nachschauen. Ist das wirklich eine Dokumentation? Weil es sieht auch von Einstellungen, wie man mit, wenn die Sonne zwischen den Bergen hervorsteht, das sah schon alles, keine Ahnung. Also es hätte auch wirklich so ein Spielfilm sein können, der da eben in Nepal in den Bergen spielt. Und diese, also mit diesem Satz, wenn man das so in Verbindung bringt, diese Perspektivübernahme, die man da eben zwischen den verschiedenen Menschen hat, eben zwischen den Familien und zwischen den Bergsteigern. Zwischen den Bergsteigern. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich jetzt hier 90 Minuten diese Familie da begleite. Weil es auch immer hieß, jetzt sind sie in diesem Konflikt, können sie diesen heiligen Berg denn besteigen oder so? Also würden sie das für ihren Sohn machen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es aber irgendwie nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde so wie die Staffelstabübergabe und dann ist es auf einmal, geht es um die Bergsteiger und dann wohnt man den Gesprächen der Bergsteiger bei und so. Und das hat mich gestört, weil ich dann mir gedacht habe, ja so Bergsteigerdinger, die habe ich jetzt vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen, aber sowas, also so die Lebensumstände oder so eben aus der Sicht von dieser Familie, die sehe ich nicht so oft. Warum bleibst du nicht lieber dort? Ja, das hätte ich auch spannender gefunden. Also ich sehe natürlich die Problematik, dass diese Sherpas natürlich abhängig sind auch von der Geschichte der Bergsteiger. Also je nachdem, wie die sich entscheiden, also die müssen ihnen ja folgen und die müssen sich auch entscheiden, arbeite ich für sie weiter? Also sprich, kletter ich weiter oder nicht? Also in dem Zusammenhang verstehe ich, dass man da ein bisschen den Fokus auf die Bergsteiger gelegt hat, weil ja eben diese Abhängigkeit da ist. Aber das war mir dann auch, wie du gesagt hast, zu viel. Also mir wäre es auch lieber gewesen, wir wären stringenter bei der Familie geblieben. Das hat am Ende dann wieder ein bisschen zurückgeschwenkt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Regisseurin ist so nach zwei Dritteln eingefallen, ach und übrigens, es sollte ja eigentlich ein Bergsteiger-Film werden. Also da müssen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen den Bergsteigern widmen. Ja, da geht es ja auch dann um Konflikte zwischen denen, also die jetzt eben im ersten Moment dann gar nichts auch mit der Familie oder so zu tun haben, sondern wirklich um Konflikte, die eben beim Bergsteigen auftreten. Wobei, das kann ich verstehen, also ich verstehe, warum das mit reingenommen wurde. Ja, ja. Also ich sehe das so, es wird ja hier eine Parallele aufgemacht zwischen dem Leben der Scharpas, das ja wirklich so völlig ab ist von meiner eigenen Lebensrealität, und dem Leben, sagen wir jetzt, eines normalen westlich zivilisierten, oder westlich, wie sagt man nicht, westlich, der westlichen Zivilisation entsprechenden Bergsteigers, sagen wir mal so. Und dann haben wir ja den einen Bergsteiger, der am Ende sagt, ich denke, da kann man schon vorausgreifen, es gibt einen Bergsteiger, der sagt, ihm ist es zu riskant, er möchte diese Besteigung nicht weiter fortführen. Und der hat sich vorher länger mit dem 16-jährigen Sohn des Scharber Hauptanführers da unterhalten und hat von seiner eigenen Tochter erzählt, die auch 16 ist. Und da sagt er ja noch zu dem Sohn, ja, sagt er so, also der 16-Jährige sagt ja dann noch so, ja, ja, genau so alt wie ich. Und dann sagt eben dieser Bergsteiger, ja, ja, genau so alt wie du. Und dieser Satz allein hat schon gereicht, dass ich gedacht habe, ja, aber Welten auseinander, also wirklich Welten, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und dann hat er ja ein Foto seiner Tochter gezeigt und hat gesagt, ja, sie liebt Haribo, weil sie hatte so eine Haribo-Tüte in der Hand. Und ich habe mir nur so gedacht, wahrscheinlich wird er sich jetzt gerade fragen, was zum Teufel ist Haribo? Also, ihr vielleicht kennt das ja auch, aber auf jeden Fall war das wirklich mit diesem Satz und dieser Szene wurde halt dieser ganz konkrete Unterschied gezeigt, dieser Lebensunterschied. Und als dann am Ende eben diese Szene mit den Bergsteigern waren, wo dann eben der Bergsteiger mit der Tochter gesagt hat, ich kann das nicht riskieren, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, dann war das genau die gleiche Situation wie der Scharber Vater dieses 16-jährigen Jungen, der im Grunde genau das Gleiche, genau die gleichen Sätze noch zuvor zu seiner Frau gesagt hat, bevor die hochgestiegen sind auf den Berg. Nämlich er hat gesagt, ja, ich habe Familie und ich habe Kinder und aber wenn mein Kind das studieren will, dann müssen wir das machen. Und genau die gleichen Sätze hat er auch zu seinen Kollegen gesagt, den anderen Scharpers, dass er gesagt hat, ich will da eigentlich nicht hoch, aber wir müssen das jetzt machen, auch wenn ich Familie habe und Kinder und so weiter. Und dann sagt ja dann sein Chef im Grunde, ja, aber wenn du nicht steigst und nicht hochsteigst im Berg, wenn du nicht kletterst, dann kriegst du auch kein Geld. Ganz einfach, so einfach ist das. Und das finde ich so interessant, also ich glaube, deswegen ist die Szene drinnen gelassen worden, weil du halt hier im Grunde dreimal den gleichen Dialog hast und damit deutlich machst, dass, obwohl diese Person wahnsinnig viel trennt, auch im Grunde ganz viel ähnlich ist, wenn wir es auf die menschliche Ebene runterbrechen. Also ich glaube, deswegen ist das drinnen geblieben. Ja gut, unter dem Gesichtspunkt, da kann ich mich mit anfreunden, das stimmt schon, ja. Ja, aber es ist natürlich, du hast schon recht, es ist ein bisschen, es hätte fokussierter sein müssen. Was mir sehr gut gefallen hat, also es gab ein paar Aspekte, die ich sehr gut fand. Und ich fand, wie gesagt, die Perspektive sehr gut, dass wir eben auch am Anfang recht viel einfach nur die Familie hatten und deren Perspektive, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ich meine, optisch ist das natürlich ein Wahnsinnsfilm. Oh ja. Wahnsinn. Also du hast, ja, bitte, bitte, bitte. Also wirklich, ich musste gerade wieder an den Titel gehen, Wall of Shadows. Also du hast wirklich, du hast eine Szene, wo halt wirklich dieser Berg wie eine Wand dasteht oder wie eine Schneewand. Und dann siehst du dort einen ganz kleinen Menschen und du hörst, das finde ich so großartig, und du hörst, die ganze Szenerie ist ganz still oder vielleicht so ein bisschen Wind und du hörst nur, wie dieser kleine Mensch da an dieser Schneewand einfach so ganz schwer atmet. Und das fand ich wirklich eine beeindruckende Szenerie, dann noch mit diesen Wolken im Hintergrund. Also der sah wirklich fantastisch aus. Ja, überhaupt der ganze, die ganze Optik ist natürlich Wahnsinn. Ich finde auch, dass diese Optik mehr eine Filmoptik hatte. Also es wird zum Teil auch mit Farben gespielt und so weiter. Du hast natürlich spektakuläre Bergwelten und Bergaufnahmen an sich, aber es hat ein sehr viel filmicheres Gefühl oder Kinofilmgefühl als jetzt, sagen wir mal, ein Dokumentarfilmgefühl. Das hat mir schon gefallen. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein bisschen zwischendurch dachte, wie gesagt, es ist kein Dokumentarfilm. Also rein für die Optik allein lässt sich der Film schon anschauen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich jammer ja immer, dass viele Filme zu lange sind. Und der war auch 94 Minuten lang. Das ist eigentlich für einen Dokumentarfilm nicht lange. Aber ich fand es am Anfang ein bisschen zäh. Also so zwischendrin dachte ich mir auch so, können wir jetzt bitte mal zu Potte kommen? Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie endlich diesen Berg besteigen. Und es hat ja ewig lang gedauert, bis diese ganze Bergbesteigungsgeschichte angerollt ist. Aber natürlich auch, weil ich die Erwartung hatte, dass es eben so ein Bergsteigerfilm wird. Und das war es ja nicht. Also das ging auch natürlich mit der Erwartung zusammen. Ja, richtig. Und ich habe jetzt keinen Bergsteigerfilm erwartet, sondern ich habe eigentlich mehr von der Familie noch erwartet. Und eben mehr diesen Konflikt. Ich meine, klar, der Titel lässt sich schon darauf hin deuten quasi. Was du jetzt als zäh und so hatte ich auch so ein bisschen das Empfinden, das können andere, glaube ich, auch schon so fast meditativ. Also du hast dann auch so, die Musik, sie ist mir gar nicht richtig in Erinnerung geblieben. Aber ich hatte manchmal den Eindruck, die ist so, ja, also es ist fast wie so, als guckst du so einen Entspannungsfilm. Also zu Beginn, das wird dann ein bisschen, wenn es um Bergsteigen geht, wird es dann ein bisschen, wird das Ganze ein bisschen aufgefahren. Aber zu Beginn hat es schon fast so eine meditative Ruhe oder so eine Klangreise. Du hörst die Glocken der Kühe, die sie umhaben oder so. Ja, ja, stimmt schon. Übrigens, was ich mich gefragt habe, das wollte ich noch googeln, dann habe ich es aber vergessen. Jetzt frage ich dich und wenn du es auch nicht weißt, nicht so schlimm, dann muss einer hier, der zuhört, uns das vielleicht beantworten. Diese bunten, ja, Flaggen oder was auch immer das ist. Also die haben da ja so Leinen, sage ich jetzt mal, gespannt im Camp. Und da hast du diese bunten, wie so bunte Flaggen dran in verschiedenen Farben. Ich dachte erst, das sind Gebets, so eine Art Gebetstücher. Aber jetzt bin ich am überlegen, ob die das vielleicht aufspannen, um zu gucken, wie der Wind weht. Also weißt du, wenn die hochsteigen im Berg, wofür sind die da? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung, nein. Okay, ich war mir zwischendurch, ich dachte erst, das sind so Gebetstücher. Und dann dachte ich, na, vielleicht sind es nur Windmesser oder vielleicht sind es auch einfach nur irgendwelche Trenndinger, so nach dem Motto, hier sind eure Zelte, da sind unsere Zelte. Also ich frage mich, wofür die da sind. Okay, dann muss ich es vielleicht doch nochmal googeln. Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir auch schon zu einem kleinen Fazit kommen. Genau. Ja, dann hau mal raus. 3,5. Okay, ich bin bei 3 von 5. Okay, ich war am überlegen. Also 4 ist mir ein bisschen zu viel, weil die Story ist mir nicht stringent genug und das könnte ein bisschen mehr Dynamik vertragen. Aber allein für die Bilder hat es den halben Punkt mehr gekriegt. Ja, das stimmt. Also vielleicht mit anderen Erwartungen reingehen oder mal in den Trailer reinschauen. Ansonsten gibt es diesen Film demnächst irgendwo zu sehen. Ich möchte noch eine Sache nachtragen, wenn ich darf. Und zwar habe ich nochmal geschaut, der 16-jährige Sohn, der ja gerne Medizin studieren möchte, also nachdem ich dann verstanden habe, das ist kein Dokumentar, das ist ein Dokumentarfilm, habe ich mir gedacht, so und was ist aus dem jetzt geworden? Und dann habe ich mal gegoogelt und ich finde, das können wir auch schon jetzt nachtragen, das ist kein Spoiler. Da gab es dann eine Spendenaktion, die die Regisseurin und auch der Verleih ins Leben gerufen haben. Und die haben 20.000 Euro gesammelt. Die ging bis Januar 2021. Ich habe auch geguckt, ich hatte auch in 5 reingeschmissen, aber es ging nicht mehr. Ach, wie praktisch. Und sie wollten wohl ursprünglich mal 50.000 Euro zusammen, 50.000 Dollar zusammensammeln, weil das die Summe wohl ist, die man braucht, um zu studieren, wenn man ein Stipendium hat. Also eigentlich ist es wohl doppelt so viel. Und haben das jetzt aber runter reduziert auf 20.000, weil sie das Problem hatten, dass ja jetzt Covid kam. Also die hatten sich halt erhofft, wenn der Film in den Kinos läuft, dass dann vielleicht auch viel mehr Leute das mitbekommen. Und da das ja jetzt aber nicht der Fall war, haben sie es quasi reduziert, aber haben die 20.000 zusammenbekommen. Und das hat jetzt eben der 16-jährige Junge bekommen und wird dann hoffentlich in Zukunft ein Medizinstudium machen können. Also das vielleicht noch als positives Ziel am Ende. Sehr schön. Mit diesem Fakt entlassen wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die nächste Besprechung oder vielleicht zur nächsten Ausgabe des Ziele-Stammtages. Ich danke dir, Britt. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier beim Tele-Stammtisch. Tschüss. Tschüss. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Spare Parts. Dieser erscheint am 8., nein Quatsch, am 3. Juni 2021 in Deutschland auf Blu-Ray und DVD von Tiberius Film. Und angesehen habe ich ihn mir mit meinen liebsten Kollegen aus dem Ausland, nämlich einmal aus der Pfalz, der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und einmal aus dem wunderschönen Schwaben-Ländle, der Sam. Hallo Sam. Servus. Ja, ihr Lieben, wir stehen vor, ich will nicht sagen, einem Problem, aber wir müssen hier etwas klarstellen. Und zwar, der Film kommt zwar am 3. Juni nach Deutschland fürs Heimkino heraus, aber er wird nur in einer 1,5 Minuten gekürzten Fassung in Deutschland erscheinen. Der ist nämlich an der FSK gescheitert. Wir haben den Film freundlicherweise vorab als Screener bekommen. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir die Uncut-Fassung gesehen haben oder halt eben die gekürzte. Ich würde von meinem Teil ausgehen, dass es die Uncut-Fassung war. Ja. Zumindest, wenn ich die Zeiten vergleiche, die die IMDb sagt, ne, okay, also Uncut-Fassung. Gut, das heißt, wir haben die ganze Blutgrütze sehen können. Ja, wir sind die Privilegierten. Juhé. Wenn euch der Film interessiert, sei auch erwähnt, dass er Uncut, aber in Österreich erscheint. Das heißt, dann könnt ihr den gerne importieren. Worum geht es in Spare Parts? Ich kürze das mal alles ganz grob ab. Es geht um eine weibliche Punkband, die auf dem Weg zum nächsten Konzert einen Platten hat und Hilfe bekommt von einem Sheriff, der sie zu einem Schrottplatz fährt. Auf diesem Schrottplatz werden die Damen dann aber betäubt. Und als sie erwachen, wurde ihnen eine Hand entfernt. Und statt einer Hand haben sie jetzt Äxte, Messer etc. dort befestigt. Und sie sollen in einer Arena kämpfen bis zum Tod. Denn dieser Schrottplatz ist nicht einfach nur ein Schrottplatz. Das ist so ein richtig kleines Königreich. Habt ihr sonst noch irgendwas zur Handlung beizutragen oder sagt ihr, das war soweit alles richtig? Das ist genau auf den Punkt gebracht. Also kann man nicht weiter ausführen. Ich fand am Anfang sogar, dass es ein bisschen Wrong Turn Vibes hatte, gerade wo sie stehen geblieben sind oder den Platten bekommen hatten. Aber sonst perfekt ausgeführt. Danke. Sehr schön zusammengefahren. Ja, das ist schön. Das freut mich. Vielen Dank. Ja, Spare Parts. Ich will ehrlich sein, ich habe nicht damit erwartet, nicht damit gerechnet, dass dieser Film große Sprünge macht. Also es ist jetzt vom Budget her kein großer Film. Aber großes Budget muss ja nicht immer heißen, dass es ein guter Film wird. Deswegen habe ich diesem Film eine Chance gegeben. Und ich will gleich vorweg schicken, das war kein guter Film. Punkt. Nee. Mit Ausrufezeichen. Ja, also es ist wirklich, wo soll ich anfangen? Also das Erste, was mir halt aufgefallen ist, ist die Darstellung dieser weiblichen Punkband. Das sind natürlich alles richtig taffe Mädels, die für sich selbst einstehen können, die aber natürlich auch ihre privaten Probleme haben. Und es ist immer schön, starke Frauenfiguren zu zeichnen, aber die sind halt so charakterlich skizziert, dass es fast schon wie eine Parodie wirkt auf starke Frauen. Wie ist euch das? Wie hat euch das gefallen, wie diese Mädels dargestellt wurden? Sven oder Sam? Einer mit S. Mach mal. Ja, okay. Also ich finde, dass sie wirklich so dargestellt worden sind, wie man sich die starken Frauen sich vorstellt, aber es ist völlig schief gelaufen. Man hat also diese typischen Stereotypen wie die Taffe, die Männer hier zusammenhauen, dann die zwei Mädels, die vom anderen Ufer sind, aber eine davon ist schwanger, okay. Und dann noch die bisschen zurückhaltende, die wohl mehr oder weniger der Boss von der ganzen Gruppe ist. Aber ob das funktioniert? Ja, Sven? Oh, okay, danke. Ich fand, also mir hat der Anfang relativ gut gefallen, die Schlägerei in der Bar fand ich erfrischend. Dachte ich, oh, da geht's gleich gut zur Sache. Und da fand ich sie auch relativ angenehm. Dachte ich, ja, okay, gut. So halt, ja, die krassen Rassler-Punktussis, die sich nichts gefallen lassen und erst mal jedem eins auf die zwölf geben. Ja, das passt. Aber was dann kam, das... Ja, also ich, was ich dem Film geben muss, ich fand es schon irgendwie fast schon erfrischend, wie kaltschnäuzig der ist, wenn es darum geht, diese Schrottplatzwelt zu etablieren. Denn dieser Film will uns halt wirklich in den Glauben lassen, ja, dieser Schrottplatz ist riesengroß. Und innerhalb dieses Schrottplatzes gibt es halt, ja, kann man schon sagen, so eine Art Sekte-Kult, die halt da irgendwie alle paar Jahre Leute hinschickt, denen einen Arm amputiert und dann eine Waffe dran befestigt. Und dann kämpfen die halt gegeneinander. Das ist schon irgendwie... Es ist so bescheuert, das fand ich schon fast schon charmant. Ich fand's nur in der Ausführung einfach nur ziemlich unbeholfen und fand auch, dass der Film sich leider größtenteils viel zu ernst nimmt bei seiner Prognose. Ja, das finde ich auch. Ich denke, wenn sie den Film tatsächlich auch als das, was er ist, deklariert hätten, dann gesagt, okay, Leute, das ist Trash und so inszenieren wir das auch, wäre das vielleicht sogar eine kleine Perle geworden. Das wäre ein guter Partyfilm gewesen, ne? Ja, weil die Ideen sind abgefahren, die Charaktere sind abgefahren und wenn man das halt auch noch so inszeniert hätte und nicht halt auf diese ernste Schiene dann geht, dann wäre das echt ein Kracher geworden. Also, ja, Sam, du wolltest noch was sagen? Naja, ich bin, ja, was soll ich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos nach dem Film, weil ich meinte, ich hätte in letzter Zeit ziemlich viele schlechte Filme gesehen, aber das toppt es eigentlich fast noch. Also, ja, ich bin da bei euch, dass man am Anfang schon so denkt, ja, cool, die vier Mädels, die sind tough und das könnte was werden und so. Aber spätestens, wenn man diesen Glatzkopf sieht, wo sie nach dem Gig anspricht, da habe ich mir schon gedacht, oh, ich weiß auch schon genau, worauf es hinausläuft. Also, wusste man auch schon vorher vom Poster, sag ich mal, weil da sieht man ja schon genau, worauf es hinausläuft. Aber nachdem das so blöd von der Seite angequatscht hat und dann während der Fahrt sie noch so mehr oder weniger bedrängt, da wusste ich eigentlich schon genau den Storyverlauf. Ich wusste schon genau, wer als erstes abkratzt. Ich wusste schon, wer überleben wird, was ich jetzt hier nicht sage, aber das war mir von vornherein schon klar und dann hatte ich nur noch Langeweile. Ich meine, die Special Effects, die waren teilweise gut, deswegen hat er bei mir auch ein bisschen höhere Bewertung bekommen, als ich letztendlich, glaube ich, gedacht hätte, dass er bekommt. Aber sonst. Ja, also das muss man sagen, wenn da halt eben gesplattert wird, dann ist das noch gute Hausmannskost. Das sind halt wirklich noch handgemachte Effekte und sie haben durchaus ein paar sehr saftige davor in dem Repertoire. Ja, das kann man schon sagen, muss aber jetzt auch dazu erwähnen, dass ich jetzt finde, den hätte man auch an Cut Up 18 machen können, aber ich bin nicht die FSK. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wobei das Einzige, was mich, also was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, ist, in der Bar prügeln die sich mit jedem. Ja, da sind Leute bei, die sind, was weiß ich, ich glaube, mindestens viermal so schwer wie die Mädels. Aber dann lassen sie sich von so einem Popelsheriff, den Diesel für Arme, da einfach abfrühstücken, anstatt zu sagen, ey, wir sind zu viert, alles klar, jetzt gibt's gleich nochmal auf die Fresse. Und das, ja, und das passt einfach überhaupt nicht. Ja, richtig. Von den Dialogen, die der Trollkönig geschrieben hat, mal ab. Ja. Da habe ich noch eine Frage an euch. Ist euch aufgefallen, dass Kano von Mortal Kombat da auch mitgespielt hat? Ähm, äh. Ja, der bisschen dicklichere, wo die Mädels trainiert hat, der sah für mich aus wie Kano für Arme. Okay, nee, ist mir nicht aufgefallen. Was ich noch sagen möchte über den Film, was ich wirklich ganz, ganz schlimm fand, das war für mich, glaube ich, das Schlimmste am ganzen Film, ist, dass der ja auch so eine Seifern-Opa-Komponente hat. Und wenn halt dieser, wie Sven jetzt sagte, Vin Diesel für Arme so sich seinen Liebling aussucht und die so umschmeichelt und sie beschenkt in diesem komischen Königreich. Und dazu muss man auch sagen, wir haben ihn nur in Deutsch sehen können. Und die Synchro ist halt echt nicht besonders gut. Dass gerade halt eben Dialoge, die ernst gemeint sind, halt wirklich rüberkommen wie eine richtig billige Seifen-Opa. Und das war echt schlimm, fand ich. Das war langweilig, das hat unglaublich viel Zeit eingenommen. Der Film ist mit 91 Minuten auch noch relativ kurz eigentlich. Und es war teilweise unfreiwillig komisch. Also diese ganzen Elemente von wegen, ja, guck mal, sie mag dich gar nicht. Oder guck mal hier, die wird besser behandelt als du. Das, äh, das fand ich, das war so, oh, das war elendig. Ja, ich finde auch, die ersten Waffen, die sie drangeschraubt bekommen, waren bei manchen Kämpfen, hat man richtig gesehen, dass die so, weiß ich, aus ganz weichem Plastik oder so sind, weil die sich so rumgeschwappt haben. Da habe ich mir auch gedacht, das hätte man vielleicht anders einfangen können oder anders von einem anderen Blickwinkel oder so drehen können, damit das nicht so wirkt, als wäre das Plastik, was die da gerade auf dem Arm haben. Das stimmt, ja. Das siehst du wirklich ganz oft, dass das Gummimesser oder sonst was, also du merkst auch schon, wenn sie es dranschrauben, da hätten sie wenigstens ein anderes Geräusch dafür nehmen sollen, weil das, du hörst das, das ist wirklich so Plastikkrams. Aber ich meine, gut, die Effekte, also zumindest die Splatter, was ja auch schon gesagt wurde, sieht halt schon ganz ordentlich aus. Ich meine, da musst du halt abwägen, ja. Richtig, aber man kann sich ja nicht nur auf Splatter-Effekte verlassen, weißt du? Doch. Man kann ja nicht sagen, komm, wir schreiben ein, naja, Drehbuch, wir konstruieren darum so eine kleine Liebesgeschichte mit dem Bösewicht, aber die Splatter-Effekte, die sind geil. Richtig. Also ich glaube, da komme ich jetzt zum Anfang des Casts zurück, ich glaube halt wirklich, wenn die sich nicht so ernst, selbst etwas, wenn sie sich selber nicht so ernst genommen hätten, den ganzen Film, ja, und ein paar Sachen einfach weggelassen hätten oder etwas entschlackt hätten, wäre das immer noch kein guter Film, aber zumindest ein Film, der Spaß machen würde. So muss ich jetzt für mich sagen, das war ein schlechter Film, es war jetzt kein schlechter Film, über den ich mich jetzt aufregen kann, dafür war er mir ja noch zu egal, aber ich kann auch nicht sagen, dass die 90 Minuten wie im Flug vergangen sind, ne, es war echt, ja, Arbeit. Ja, ja, richtig. Der hat in der Mitte halt auch krass Leerlauf, also. Ja, der Mitte kommt ja dieser Seilverpart so heraus. Ja, kämpft, ich will Kampf. Ja, aber. Sollen wir sie jetzt kämpfen lassen oder noch ein bisschen mehr Dramaturgie reinbringen? Ach, ich glaube, Dramaturgie ist jetzt gerade Ruth. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Nee. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Spare Parts loswerden wollt? Weil ansonsten würde ich jetzt zum Fazit übergehen. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt seine Einzelteile zerlegt, ich würde auch zum Fazit kommen. Ja, ich hätte noch eins anzumerken. Ja, bitte. Der Einzige, der mir, naja, gut, man kann jetzt sagen, naja, gefallen, aber ich war froh, endlich mal wieder Julian Rikings zu sehen, den ich in so Sachen eigentlich immer ganz, ganz gern hab. Weil er immer freaky aussieht und immer böse ist, außer, naja, gut, bei Supernatural jetzt vielleicht nicht so ganz, aber da spielt er den Tod, falls die Leute nicht wissen genau, den ich mein. Und hier, ja, ich seh den, ja, ich seh den, ja, ich seh den alles mal ganz gern. Er ist jetzt zwar, wie gesagt, keine Ikone, aber... Gib's zu, du wärst gern der, du wärst gern ihn gewesen in der Badewanne. Wer? Naja, er, in der Badewanne. Ach so. Da hast du wieder genau hingeguckt, ne, beim Sexraben. Ja, beim Splatter-Teiler, da weggeguckt, aber Sex, geil. Da bin, da ist Sam am Start. Wobei es ja auch wieder interessant ist, dass die Gewalt vollerumfänglich gezeigt wird, aber immer dann, wenn es Sexualität ins Spiel kommt, dann wird meistens immer nur abgeblendet oder man sieht halt nicht alles, ne, das ist, naja, gut. Darum soll es jetzt nicht mehr gehen, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Welche Punkte vergeben wir denn? Naja, Ersatzteile. Okay, find ich gut. Spare Parts. Gut. Sam, dann mach du mal gleich einen Anfang und vergib 0 bis 5 Ersatzteile. Oh Gott. Oh je. Nee, also ich hab ja mich schon so durchklingen lassen, dass ich so überhaupt nicht begeistert war von dem Film und das Einzige, was ich dem bewerten kann, waren die vier Mädels am Anfang, das gibt einen halben Punkt und dann die Splatter-Effekte, noch ein halber Punkt, also ich bin bei einem Ersatzteile fertig, das war mein. Okay, Sven. Ich geb 0,5. Ja, ja, der Film hat bis auf die Splatter-Effekte und davon gibt's ja schon ein paar, aber der Rest ist halt einfach total Banane. Dialoge, furchtbar, dann die Schauspielkurs aus dem Aldi oder gar kein oder egal, Hauptsache Geld, es gibt auch. Also, ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber nee, 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 0,5, das, nee, weiter komm ich nicht. Okay, gut. Ich würde ein Ersatzteil von 5 geben, wie ich jetzt schon, glaube ich, mehrfach gesagt habe, da steckt schon ein guter Partyfilm drin, aber dafür nimmt sich der Film zu ernst, hat zu viel Leerlauf. Und deswegen auch von mir keine Empfehlung, tja, tut mir leid, dass wir diesen Cast jetzt mit so einer schlechten Stimmung beenden müssen, aber man kann nicht immer Gold schauen. Aber vielleicht findet ihr beim Tele-Stammtisch noch Besprechungen, die etwas positiver sind. Ich glaube, das ist sogar garantiert, dass ihr da einiges findet, wo die Kollegen besser über Filme und Serien sprechen als wir heute. Trotz allem war es das von unserer Seite, es war mir eine große Freude. Bitte denkt dran, ihr könnt Tele-Stammtisch bei Spotify auch folgen und auch bei Apple Podcast und dort auch eine Bewertung da lassen, das würde uns freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss und dann darf der Felser und der Schwabe auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Ciao. Ciao. Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Hörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und heute möchte ich mit euch einen, ja, fast schon modernen Klassiker besprechen. Es geht natürlich wieder um einen Zombie-Film. Ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich so einer der größten Zombie-Fans überhaupt bin und da geht es um einen wirklich Meilenstein des Genres. Es geht um das Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder aus dem Jahr 2004 und da habe ich mir Verstärkung geholt und zwar den Patrick. Patrick. Hi. Und den Werner, grüße euch. Moin, moin. Ja, Zack Snyder's Dawn of the Dead. Der Werner hat sich schon geoutet als großer Zack Snyder-Fan. Kannst du mir mal erzählen, warum? Ich mag einfach seine Art von Film, den Stil, den er immer einsetzt, gerade was zum Beispiel die Optik angeht oder eben auch, wenn es um Zeitlupe geht, die Inszenierung, Action und so etwas. Da hat er einfach ein richtig gutes Händchen für. War ja auch ein bisschen stilbildend, kann man schon sagen. Genau, richtig. Patrick, wie stehst du zu Zack Snyder? Ich mag viele seiner Sachen, aber ich mag die auch nicht unvoreingenommen. Manchmal hat er sich ein bisschen verhoben. Kann man auch gern in den Snyder-Casts, die wir gemacht haben, nachhören. Ich mag an ihn aber, dass er auch ein ziemlicher Comic-Fan ist, der dann teilweise auch auf Außen stehende scheißt und das ganz wirklich zu Fanfilmen macht. Okay, warum nehmen wir uns jetzt einen etwas älteren Film zur Brust? Das hat einen Grund und zwar kommt ja von Zack Snyder demnächst dieses Army of the Dead raus, dass er ja zusammen mit, oh, jetzt wird es hart, mit Matthias Schweighöfer produziert bzw. kreiert hat. Und da sind wir auch mal sehr gespannt, was das für ein Machwerk wirkt, denn Zack Snyder und Matthias Schweighöfer, ich weiß nicht, passt das zusammen? Was sagst du, Werner? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber ich habe schon Verrückteres auf dieser Welt gesehen. Das ist wohl wahr, aber okay, also ich schaue ein bisschen mit spannender Erwartung und ein bisschen auch mit Grausendem entgegen, aber mal sehen, vielleicht wird es ja auch was. Aber wir schauen jetzt mal zurück auf Zack Snyders, ja, Zombie-Machwerk von 2004. Es ist ja ein Pseudo-Remake, würde ich mal sagen, von Dawn of the Dead, dem ultimativen Zombie-Kracher von 1978 von George A. Romero. Und da stellt sich bei mir ja auch immer die Frage, warum braucht es da ein Remake? Warum muss man einen fast perfekten Film eigentlich nochmal remaken? Da gibt es ja oft so Geschichten wie, keine Ahnung, warum muss man einen Remake von Der Flug des Phönix machen? Warum muss man einen Remake von Nightmare on Elm Street machen? Ja, und natürlich ist das, um die Jugendlichen ins Kino zu locken, weil die so alte Schinken ja gar nicht mehr anschauen. Und insofern war, glaube ich, die gesamte Fangemeinde und Zuschauerschaft, die eben auch dieses Originalwerk kennen und lieben, sehr, sehr skeptisch eingestellt. Und dann kam der 2004 eben in die Kinos und was muss man sagen, ich beziehungsweise auch viele meiner Freunde und viele der Fans, wie man im Internet liest, waren tatsächlich weggeblasen. Denn der Film war einfach richtig, richtig gut. Oder was meint ihr? Ich bin ja eigentlich so gar kein Zombie- oder Horrorfan. Das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet, weil es mich größtenteils eigentlich nur langweilt. Aber auch ich muss sagen, dass der Film richtig gut gemacht ist. Also er ist spannend und bietet alles, was man von so einem Film eigentlich erwartet. Okay, wir wollen mal kurz abreißen, worum geht's denn in dem Film? Patrick, magst du mal kurz eine Synopsis geben? Es geht darum, dass plötzlich die ganze Bevölkerung von dem Zombie-Virus heimgesucht wird und unsere Hauptprotagonistin, Anna, gespielt von Sarah Pauli, flüchtet gerade noch so vor ihren zombifizierten Ehemann und schließt sich dann mit einer anderen Gruppe Überlebende zusammen, die sich dann sehr schnell in einem Kaufhaus verschanzen. Diesen netten Zwischenstopp beim Militär, den das Original hatte, erspart man sich hier komplett. Es geht sehr, sehr schnell ins Kaufhaus und auch da richtig schnell ums Überleben. Ja, und das ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige, was dieses Remake, möchte ich es mal in Anführungszeichen nennen, mit dem Original zu tun hat. Eben ist es dieses Einkaufszentrum, deswegen das Original auch gerne Zombies im Kaufhaus genannt, am Schulhof damals. Aber insofern hat der Film mit dem Original jetzt nicht wirklich viel zu tun. Es ist eigentlich alles relativ neu gemacht. Die Handlung ist relativ neu, die Charaktere sind neu. Es ist nicht so ein plattes Remake, es ist eigentlich ein eigenständiger Film, der wirklich nur so ein bisschen das Thema mit diesem Kaufhaus drin hat als Refugium für die Überlebenden. Und ansonsten gab es ja noch einen großen, großen Unterschied zum Original und das hat tatsächlich in der Fangemeinde eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Denn in diesem Film gibt es im Gegensatz zum Original plötzlich rennende Zombies statt den schlurfenden, langsamen Zombies, die man früher kannte, eben von George A. Romero. Und da gab es teilweise einen riesen Aufschrei in der Community. Das kannst du doch nicht machen. Das ist ja Frevel. Da haben sich auch Leute wie Simon Peck eingeschalten, die Puristen sind und sagen nur die schlurfenden Zombies sind die Waren. Und deswegen bin zum Beispiel ich mit sehr großer Skepsis in diesen Film gegangen und wurde dann aber positiv überrascht. Seid ihr irgendwie Anhänger der schlurfenden oder der schnellen Zombies? Oder Werder, du ja gar nicht so Zombie-Fan, aber welche würdest du bevorzugen? Also wenn, dann bitte auf Speed. Okay. Patrick? Mittlerweile bin ich da beide Versionen gewöhnt. Also die schnellen Zombies sind die, die noch nicht so sehr verwest sind. Und die langsam, da siehst du halt wirklich schon den Zerfall. Das hat auch Walking Dead die Serie irgendwann schön bebildert. So erkläre ich mir das. Die schnellen, aggressiven Zombies haben gerade jetzt hier bei diesem Romero-Remake was richtig schön bedrohlich ist. Von daher, ich bin da so zwischen den Stühlen. Ich mag beides. Okay. Je nach Atmosphäre sollte man da abwägen, welchen Zombie man da nimmt. Das Interessante hierbei ist ja, dass diese Diskussion bis heute nicht abgeebbt ist. Also es wird immer noch diskutiert. Schnelle Zombies, langsame Zombies. Was ist denn jetzt das Wahre? Richtig. Diese Diskussion ist bis heute nicht zu Ende. Nein, das stimmt. Und ich bin immer noch der Meinung, es gibt inzwischen leider viel zu viele diese neuartigen Zombie-Filme, die sind leider oft dann mit den Schnellen gesegnet, sag ich mal. Ich bin immer noch Fan von den langsamen Schlurfenden. Die sind für mich viel bedrohlicher und mehr creepy. Und irgendwie, ja, es war halt durch, sagen wir mal, 28 Days Later. Das war der Film, der diese Zombie-Welle auch so ein bisschen in eine neue Ebene gebracht hat, obwohl es ja eher um Infizierte geht. Da muss man auch unterscheiden. Sind es jetzt Untote oder Infizierte? Bei 28 Days Later geht es ja eigentlich nur um Infizierte, die ja noch leben. Und bei Dawn of the Dead sind es ja tatsächlich reanimierte Tote. Und ich, ja, wie gesagt, ich konnte mit den rennenden Zombies nicht so viel anfangen. Die wurden ja auch schon in den 80er Jahren eingeführt bei Return of the Living Dead. Das haben ja viele auch schon wieder vergessen, als die gehirnfressenden Zombies eingeführt wurden. Da haben sie mich eigentlich auch nicht gestört, weil es eine völlig andere Ebene war. Aber als das Dawn of the Dead-Remake angekündigt wurde und es hieß, es sind rennende Zombies, da habe ich gesagt, das könnt ihr doch nicht bringen. Und ich war auch nicht der Einzige. Und bin dann wirklich, ja, sehr voreingenommen in den Film gegangen. Und leider, leider, muss ich sagen, war der Film aber absolut genial und richtig gut. Ich habe neulich tatsächlich nochmal angeschaut, da ich meine alten VHS-Kassetten gerade ausmiste. Ist ja gerade Zeit für sowas. Und da habe ich den tatsächlich, bin ich nochmal hängen geblieben, als ich die Kassette reingelegt habe. Und habe mir nochmal angeschaut und gemerkt, wie gut der Film eigentlich ist. Weil ich finde, Zack Snyder macht das einfach sehr, sehr gut. Der hat eine wahnsinnig, eine stringente Regie. Es ist sehr geradlinig. Es ist kaum Zeit zu verschnaufen. Die Charaktere sind sehr liebevoll dargestellt. Auch der Cast, muss man sagen, der ist richtig, richtig gut. Es sind keine groß bekannten Leute, die mitspielen. Also, mittlerweile sind ein paar schon bekannter. Also, Ty Burrell hat durch Modern Family schon einen ziemlichen Bekanntheitsgrad erlangt. Das ist richtig. Also, aber auch, das kam dann nachher, dass zum Beispiel auch Leute wie der CJ, der zuerst der voll böse Security-Typ ist, von Michael Kelly gespielt, der ja dann als Stamper bei House of Cards auch nochmal eine richtig große, gute Rolle gekriegt hat. Und dann eben Sarah Polley, die Hauptdarstellerin, die jetzt nicht so der volle Megastar ist, aber die eine absolut glaubwürdige, gute Figur abgibt. Wing Rames aus Pulp Fiction, natürlich Marcelus Wallace, ganz großartig. Jake Weber, den man auch in vielen tollen Fernsehserien gesehen hat. Mackay Pfeiffer. Also, der Cast ist einfach richtig gut, auch wenn es jetzt nicht so die Superstars sind. Aber die tragen den Film halt auch unglaublich gut. Und trotzdem haben wir auch einige Bekannte aus dem Original in Nebenrollen. Aber damit zeigt man schon, dass Zack Snyder den Original huldigt. Stimmt, Ken Foree, der Schwarze aus dem Original. Dawn of the Dead von 78 ist kurz zu sehen, aber nur im Vorspann. Und man erkennt ihn kaum wieder. Tom Savini ist auch wieder vertreten. Stimmt, als Polizist, glaube ich, auch nur im Vorspann zu sehen. Nee, der ist auch bei einer Nachrichtensendung später vertreten. Ah, okay, gut. Ja, ich habe den vorhin noch mal geschaut. Habe meinen Vater weiß gemacht, das ist Modern Family, der Film. Nach 30 Sekunden, wo dann das Kind erschossen wurde, hat er mir das nicht mehr gedacht. Ich verstehe gar nicht, warum. Okay, naja. Aber ich weiß nicht, aber bei dem Film, da hat einfach irgendwie alles gepasst. Der Cast ist super, das Skript ist einfach gut gemacht. Die Regie ist einfach schön geradlinig und stringent. Und ja, da hat einfach alles zusammengepasst. Und da habe ich dem Film tatsächlich auch die rennenden Zombies verziehen. Weil der einfach so Spaß gemacht hat, der Film. Das ist wie so ein Rollercoaster-Ride. Und es sind ja auch so Schmankel, denn man muss dazu auch sagen, es gibt ja auch einen Directors Cut. Der ist auf jeden Fall der Kino-Version vorzuziehen. Da sind halt auch richtig ein bisschen tabubrechende Sachen dabei. Ich sage nur Zombie Baby und so weiter. Wo man sich denkt, da trauen sich manche jetzt bestimmt nicht ran. Aber der bringt das Ganze nochmal eine Stufe höher, finde ich. Also auf jeden Fall vorzuziehen. Ich glaube, zurzeit kann man den Film auf Netflix sehen, aber leider nicht in der Directors Cut-Fassung. Leider nicht. Also wir haben hier keinen Snyder Cut. Weder Watchmen noch Dawn of the Dead sind im Snyder Cut zu sehen. Dabei erschreien doch alle gerade nach diversen Snyder Cuts. Ja, das stimmt. Vier Stunden. Schade. Ich weiß nicht, wovon du redest. Natürlich nicht. Nein, du doch nicht. Aber liebe Genre-Fans zu Hause, falls ihr den Film noch nicht kennt, was ich mir gar nicht vorstellen kann, immer auf jeden Fall den Directors Cut-Bevorzuziehen. Den kriegt man auch, ich glaube, für wenig Geld mittlerweile auch umgeschnitten in diversen Versandhandeln. Und auch James Gunn hat hier in dem Film seine Finger im Spiel. Habe ich vorhin feststellen müssen. Wegen dem Directors Cut muss man halt eben auch, denke ich, anmerken, dass der Film auch in dieser Form, wie er eben auf Netflix verfügbar ist, wirklich gut funktioniert. Also da habe ich schon ganz andere Filme gesehen. Die wurden da bis zum Geht nicht mehr zerschnibbelt und auseinandergenommen. Und du konntest schon am Ende nicht mehr anschauen. Und hier muss man sagen, auch in der Fassung ist der Film durch die Bank richtig, richtig gut. Okay. Nee, der Film hat ein ähnliches Tempo wie seine rennenden Zombies. Der macht vielleicht so Pausen, die gefühlt zwei, drei Minuten sind. Und dann geht es wieder sehr schnell zur Sache. Ich fand auch diesen Remix von Down with the Sickness von Disturbed ganz charmant eingestreut. Ja, es sind viele so Schmankerl drin. Also der gute Einstieg, also wie man sieht, dass dann plötzlich die Apokalypse einbricht über die Welt. Und man sieht dann so diese, damals waren es wahrscheinlich sogar noch Hubschrauberbilder und keine Drohnenbilder von oben, wie dann die ganze Gegend zum Teufel geht. Und dann dieser Vorspann eben auch, wo dann Johnny Cash as the man comes around singt und die Welt geht zum Teufel. Und du siehst diese Ausschnitte von randalierenden Menschenmassen und Nachrichten, Sprengsel. Und man nimmt es dem Film einfach ab, dass jetzt wirklich die Welt zum Teufel geht. Und Zack Snyder, muss ich sagen, hat wirklich ein Händchen dafür, auch Opening Credits gerade gut zu machen. Ich glaube, der beste Opening Credit der Filmgeschichte ist von Watchmen, wenn ihr mich fragt. Oh ja, das ist mit einer der besten Montagen, die gedreht wurden. Da hat man einfach so mindestens 30, 40 Seiten Comicgeschichte in ein nettes 10-minütiges Intro verpackt, das auch Außenstehende die Watchmen bzw. die Minute-Men näher bringt. Ja, genau. Fand ich klasse. Und auch die Musikuntermalung ist hier wieder mal ziemlich geil. Was sagt denn Werner, unser Zack Snyder-Fanboy, dazu? Das ist genau einer der Gründe, wieso ich Zack Snyder so mag, weil gerade was das angeht, hat er halt eben ein richtig feines Händchen. Und ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich nicht überrascht, dass allein der Einstieg schon so großartig gelungen ist. Auch was, wie du ja gesagt hast, die Musikwahl betrifft und so etwas. Also, ich finde es einfach super. Und ich muss zugeben, ich habe den Film ja erst vor ein paar Jahren gesehen. Also, sehr, sehr spät. Nicht im Kino, nicht als die ganze Welt scheinbar drüber gesprochen hat, sondern jetzt eben erst im Nachhinein, weil, wie gesagt, das ist nicht gerade mein Filmgenre. Aber als Zack Snyder-Fan muss man halt eben diese eine Lücke auch irgendwann füllen. Und ich habe es nicht bereut. Okay, das ist doch schon mal was. Ja, und dazu muss man sagen, nicht nur die Opening Credits sind super, sondern ich finde, der Film ist, ohne Spoiler zu wollen, der Film hat wahrscheinlich den fiesesten Abspann der Filmgeschichte, wenn ihr mich fragt. Also wirklich, aber so geil und so fies. Und ich denke, ich habe mir die Hände über den Kopf geschlagen, das könnt ihr doch nicht machen und so. Aber es ist so toll, es ist so originell, es ist so noch nie da gewesen. Deswegen fand ich das grandios. Und da muss ich sagen, Zack Snyder hat da einen echt geilen Job gemacht. Sogar für einen Zombie-Film ist das Ende so verdammt pessimistisch. Ja. Und das muss man mal schaffen. Ja, dafür, das musst du erst mal hinkriegen. Und es war ja so, eins muss ich dazu auch noch erwähnen. Als der Film rauskam und viele, wie gesagt, George L. Ramiro-Fans und Puristen haben ein bisschen auch die Hände im Kopf geschlagen und gesagt, Ja, mit rennenden Zombies und jetzt, ah, warum jetzt auch noch so ein Remake und so ein Popcorn-Remake und das kann doch nichts werden. Natürlich bin ich trotzdem reingegangen und ja, war dann auch richtig, richtig begeistert von dem Film. Die Sache war nur die, dass fast ein Jahr später dann das lang, lang erwartete oder der lang erwartete neue Film von George L. Ramiro, Land of the Dead, eben rauskam. Auf dem man viel mehr sich gefreut hat und gewartet hat, der dann auch die langsamen Zombies eben wieder hat. Und der ist dann relativ abgestunken, sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum, gegen dieses Dawn of the Dead-Remake. Weil der halt die Messlatte so hoch gesetzt hat, dass ich bei Land of the Dead wirklich sehr enttäuscht aus dem Kino gegangen bin. Obwohl der Film eigentlich auch gut ist, muss man sagen. Aber ich habe dann erst später meinen Frieden mit dem Film machen können, weil der Zack Snyder-Remake einfach so unglaublich gut war. Bei mir war es nicht andersrum, aber ich hatte das Zombie-Genre durch diesen Film mitentdeckt. Also ein Kumpel hat zwei, drei Filme mitgebracht. Tanz der Teufel 2, Haus der Tausend Leichen, Dawn of the Dead. Ich war davor kein großer Zombie-Fan. Ich fand das davor auch lahm und wirklich uninspiriert. Das war für mich fast schon das Gegenstück zum Jumpscare. Einfach so. Und danach war ich angefixt, hatte Blut geleckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Glückwürdig hinter dem Computer. Land of the Dead ist quasi an meinem Geburtstag gestartet damals. Wir haben den im Kino gesehen. Wir haben uns gefreut. Ja, ein bisschen altbacken war das. Aber es ist halt George A. Romero. In dem Land of the Dead merkt man in Relation zum Dawn of the Dead-Remake, dass da auch so ein bisschen Gesellschaftskritik dahinter steckt. Die bei Dawn of the Dead halt einfach fast komplett ausgeklammert wurde. Ja, das ist ja auch ein Popcorn-Film, sag ich mal. Der hat jetzt keinen Anspruch, dass er irgendwie groß da irgendwelche Missstände anprangert. Muss er ja auch nicht, sondern ist einfach nur ein unterhaltsamer Horrorstreifen, der einfach verdammt gut gemacht wurde. Und bei Land of the Dead, ja, der George A. Romero hat ja immer gerne so ein bisschen seine, ja, Kapitalismuskritik und sowas reinflechten lassen. Und das hat halt Zack Snyder einfach weggelassen. Aber das hat dem Film gar nicht geschadet. Aber insofern war das tatsächlich, also wenn man die Filme vergleicht, dann hat mir der Romero schon fast ein bisschen leid getan, dass Zack Snyder vorher so eine Bombe abgeliefert hat. Das kann man tatsächlich so sagen. Nee, aber bei Land of the Dead, da mochte ich Dennis Hopper Rolle sehr. Also der hat das so dermaßen überzogen gespielt, dass man zumindest bei dem Spaß hatte, zuzusehen, wie er da dieses reiche Arschloch da performt. Ja, sicher. Also die Besetzung auch bei Land of the Dead war klasse. Also wir wollen jetzt nicht über den Film sprechen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal als Vergleich, weil die so zeitnah eben auch rauskamen und sie ja doch irgendwie eine Verbindung haben. Aber wie gesagt, bei Dawn of the Dead, da sind halt auch unglaublich tolle Charaktere für so einen, ich sag mal, belanglosen, nicht so tiefen Popcornfilm, die aber so toll aufgebaut werden. Und Sarah Polly, die wirklich einen tollen Job macht, als die, die sich auch nicht so blöd anstellt, wie es Frauen oft bei so Horrorfilmen eben machen. Gerade bei Romero-Filmen haben sich Frauen oft sehr so blöd anstellt. Auch das, natürlich. Und na ja, gut, bei Day of the Dead war ja auch die Heldin eine Frau, so ist ja nicht, also da war der auch immer so ein bisschen hinterher. Aber wenn man sich die ganzen Leute anschaut, da hast du eben diesen CJ, diesen Security Guy, der ist der Guy you love to hate, ist. Und am Ende wandelt der sich tatsächlich zu einem guten Typen, den man auch gerne haben kann. Und das muss der auch erst mal schaffen. Also diese Besetzung, die ist wirklich von vorne bis hinten auch richtig stimmig. Und das ist was, was den Film natürlich auch wahnsinnig höher bringt. Weil wenn du jetzt irgendwelche so Laiendarsteller hast aus irgendeiner Soap, die hätten den Film dann auch nicht stemmen können. Die Charaktere sind halt auf dem Papier wirklich so Abziehbildchen, wenn du es so nimmst. Und die Schauspieler schaffen es da, denen so ein gewisses Charisma abzugewinnen. Gerade durch die Montagen. Also es gibt hier in dem Film sehr, sehr viele schöne Montagen, die dann auch zeigen, wie die privat miteinander lernen müssen zu leben. Und so wären die dir ein Stück weit greifbar. Und dadurch ist das nicht nur ein billiges Zombie-Futter, sondern du fieberst da auch ein Stück weit mit. Richtig. Ja, die menschlichen Konflikte in dem Film, die sind halt eben dann doch, wie soll man sagen, recht realistisch dargestellt. Also da kann man sich reinversetzen, versteht ein bisschen, was da los ist. Die ganzen Spannungen und alles. Und das muss ich zugeben, hat mir wiederum sehr gefallen. Also abgesehen eben von dem ganzen Splatter und Horror und allem, eben auch der menschliche Konflikt, der drin ist, ist gelungen. Ja, auf jeden Fall. Ich sag nur am Anfang, wie Sarah Pauli da mit ihrem Mann da reinkommt. Du hast in diesen paar Minuten, die das geht, schon ein Gefühl, dass das ein Charakter ist. Da wird sich nicht zu lang aufgehalten. Und es geht dann auch recht schnell zur Seite. Aber ohne diesen Vorbau wäre dieser Schockmoment, wenn der Mann dann plötzlich ein Zombie ist, gar nicht mal so groß gewesen. Ja, du hast schön gesagt, also vom Drehbuch her sind diese Charaktere jetzt schon so ein bisschen zweidimensional. Es gibt halt den fiesen Security Guy, es gibt den guten Kopf und es gibt die Krankenschwester. Naja, aber sie schaffen es. Und die schwangere Person natürlich. Ja, um Gottes Willen, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Aber man muss echt sagen, dass auch eben gerade die Darsteller oder eben auch die Regie von Zack Snyder es schafft. Und das ist ganz wichtig bei einem Horrorfilm, vor allem beim Zombiefilm, dass dir die Charaktere nicht egal sind. Beziehungsweise, dass du dich um die sorgst und dass du nicht denkst, boah, hoffentlich geht dir der oder die bald drauf, weil sie nerven. Oder dass du gelangt, weil du dich der Schulter zuckst. Ja, genau. Und sogar der Arsch, ja, von Ty Burrell gespielt, der mit dem Boot, ja. Irgendwann wächst dir auch ans Herz, obwohl das ein totales Arschloch ist. Und das muss ich sagen, das hat der Film echt gebracht. Und dazwischen gibt es halt richtig geile Action und Splatter, also für die Genre-Fans, nicht für den Werner natürlich. Ich sag nichts dagegen. Es ist einfach eine tolle Mischung und es passt einfach alles zusammen. Und das ist halt auch ganz selten bei Filmen. Und deswegen ist dieser Film für mich absolut, ja, einer der Meilensteine tatsächlich des Genres geworden. Mir tut im Nachhinein auch der Dawn of the Dead-Originalfilm leid, weil wenn du die beiden nebeneinander setzt, dann wirkt das Dawn of the Dead-Original so ein bisschen langatmig und gemächlich. Vergleich dazu, auch wenn ich die Location vom Original, also dieses legendäre Kaufhaus, das fand ich ein Stück weit cooler gemacht als das generische Kaufhaus aus dem Remake. Das bestimmt, ich will diese Filme gar nicht vergleichen übrigens, weil wie gesagt, das Einzige, was die verbindet, ist das Kaufhaus und die sehen auch völlig anders aus. Und deswegen kann man die gar nicht vergleichen. Ich finde das Original genauso genial eigentlich, jetzt dieses Remake, aber auf einer völlig anderen Ebene. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Filme, die auf völlig verschiedene Art richtig gut sind. Ich hätte da sogar den passenden Vergleich, das ist wie so das Piria und sein Remake. Oh, ich habe das Remake nicht gesehen, aber von gehört. Ja, beide haben quasi dasselbe Storygrundgerüst, interpretieren das aber so dermaßen neu, dass man fast gar nicht mehr von Remake, sondern von einer eigenen Interpretation sprechen kann. Und wenn das gelingt, dann habe ich auch nichts dagegen. Dann finde ich ein Remake auch okay. Aber so ganz blasse Kopien, die sind dann meistens, was die Remakes dann irgendwie scheiße machen, weil sie einfach keine Seele mehr haben. Aber okay, mein Gott, wir haben uns schon fast verquatscht hier. Wir quatschen schon fast 25 Minuten über diesen Film. Wir müssen ihn mal bewerten. Und deswegen frage ich, Wie viele Kettensägenbusse von fünf würdest du dem Film geben, Werner? Also ich würde dem Film vier von fünf Kettensägen wegen geben. Einfach, weil er mir richtig, richtig gut gefallen hat. Also er ist spannend, er ist kompromisslos, er ist super inszeniert, er bietet genau die richtige Menge an Action, wenn er mich fragt. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau die richtige Menge. Mehr als genug Splatter und Supercast. Also ja, ein richtig, richtig guter Film, den sogar ich als Nicht-Fan empfehlen würde. Wunderbar. Und den Soundtrack auch nicht vergessen, der auch wirklich, wirklich sehr gut ist. Ja, die Musik, genau. Patrick. Ja, ich mag den Film auch sehr. Ich finde sogar lustig, dass hier noch nicht so dieser typische Snyder-Move, die zu vielen Slow-Motions hier zu tragen kommen. Du hast hier eigentlich gar keine Slow-Motion. So wie bei 300. Ja, oder bei Watchmen. Oder bei Justice League. Nee, und trotzdem fühlt er sich an, wie ein Zack Snyder-Film. Das war also für mich der Start, dass ich mich für Zombie-Filme interessiert habe. Dass ich mich für Zack Snyder-Filme interessiert habe. Also ich schwanke zwischen 4 und 5 Punkte. Ich würde sagen, einfach wegen dem, was der Film in mir ausgelöst hat, gebe ich mal die volle Punktzahl und sage, das ist für mich so ein All-Time-Favorite. Den gucke ich immer wieder gern. Wird mir nicht langweilig. Okay, du kannst aber auch 4,5 geben. Die Mischung stimmt halt. Was? Du kannst ja auch 4,5 geben. Ja, dann gebe ich 4,5. Und die Mische stimmt. Das ist halt wirklich eine sehr gute Mischung. Na schön. Da bin ich auch dabei. Weil ich gebe dem Film auch 4,5 von 5. Und den halben Punkt ziehe ich ihm nur ab, weil es rennende Zombies sind. Sonst hätte er für mich auch voll die volle Punktzahl bekommen. Na schön. Okay, aber dann sind wir auf jeden Fall d'accord, dass das ein richtig gutes Werk ist. Was vor allem für Genre-Fans natürlich nicht nur ein Blick wert ist, sondern eigentlich absolute Pflicht. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch beiden. Und gerne. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.